ich weiß gar nicht kann ich noch einmal mit sieben glas schärpen bekomme ich leider nicht ganz sehen aber jetzt können wir erst mal hier weitermachen so halbe tut mir leid wenn ich gerade nicht so viel quatsch aber ich muss mich hier gerade echt konzentrieren so ich hier muss auch wieder fenster schön rein na dann haben wir einmal die säule hier nach oben die licht spendet und die fackelt uns nichts ab und wir haben einmal die natürlichen sonnenstrahlen hier drin ich weiß das fenster müssen wir jetzt auch noch ein machen und ich würde sagen wir haben ja gut die hälfte jetzt schon geschafft jetzt müssen wir allerdings aufpassen weil hier ist jetzt gerade kein glas hier können wir echt ordentlich auf die schnauze fallen ich glaube ich möchte nämlich erst mal den weg machen nach oben und dann das glas was übrig ist da brauche ich dann keine rücksicht drauf zu nehmen das können wir dann hier für den kreis verwenden nein schade den kriegen wir jetzt nicht mehr bei den holen wir uns jetzt wieder jeder stein zählt hier wo wir kommen immer weiter höher an die decke sehr schön so gefällt mir das so jetzt haben wir hier normale steine wieder auch hier die halben volle halbe hier wieder jetzt müssen wir leider runter denn fünf ist eine ungerade zahl schade dann hätten wir so noch einmal jetzt hier machen können einmal komplett durch so auch hier zack und hier zack so jetzt gehen wir mal runter und holen uns die steine und machen uns neue und wir brauchen natürlich neues glas so wo haben wir denn jetzt das glas hier so wie viel kriegen wir da jetzt raus 48 machen wir 64 und ich muss noch mal steine holen wir haben nur noch die 16 da die pfackeln und sowas meine ich die müssen noch ab oder fieber die eine ja hat schon eine schöne größe muss ich sagen unser leuchtturm und ich glaube oder ich finde größer muss der nicht sein und wenn dann einmal die plattform oben auch fertig ist das wird einfach das kann nur geil werden was ich aber noch mache ist noch einmal sand mitnehmen denn ich weiß nicht ob das reicht so was wollte ich jetzt hier auch hier genau klinis eigentlich müsste ich noch mal wieder welche machen aber das problem ist dass wir ja den kölner dom bauen wollen und da brauchen wir köppelchen für habe ich die wolle wieder raus geholt habe ich die nicht in die truhe reingetan ich bin schon total verplant und natürlich direkt im weltuntergang also sonne finde ich schöner wenn ich dann denke da bei uns morgen auch so ein wetter bevorsteht mag ich gar nicht dran denken so da machen wir noch mal ein paar halbe 26 also ich brauche ja noch ne stimmt gar nicht habe ich doch schon gemacht das wird hier alles noch viel schöner gemacht hier unten ihr werdet sehen unser leuchtturm wird richtig schnieke aussehen kommen wir da noch dran ich darf nur nicht irgendwo etwas vergessen das wäre so ärgerlich aber das sieht man bei den bei dem glas so schlecht mama mia ist das eine prozedur ich muss mich hier gerade voll konzentrieren das tut mir so leid liebe leute ach du scheiße mit 28 glas machen wir überhaupt nichts okay okay das war es auch schon wieder juhu so dann machen wir erst mal hier weiter draußen regnet es vor sich hin habe ich nicht halbe gemacht ach da so da haben wir und draußen ist es dunkel entweder regnet es oder es ist dunkel ja wir haben es gleich geschafft liebe leute wir haben es gleich geschafft wir sind gleich oben ich weiß noch als carsten und ich das survive minecraft hatten nein jetzt habe ich wolle verloren da war auch ein leuchtturm gebaut aber ganz anders als wir das jetzt hier haben ne ja wir hatten das aus lehm gemacht da kam das gerade mit dem lehm raus und da wollte man natürlich vieles mit lehm bauen und sowas ja da hatten wir auf einmal einen creeper bei uns hier drin gehabt im treppenhaus wir hatten gedacht wir sehen nicht richtig ey und ich fürchte ich kann die halben steine nicht nehmen oder ich muss mich hier echt was einfallen lassen da zumindest hier Hoppala. Äh. Mann. Abgeschnitten ist. Das ist blöd. Ich fürchte, ich kann hier echt kein, äh, keine Halben nehmen. Ja, da geht's schon los. Ich mach mal, äh, Toggle Down. Fall. Ne, die muss ich leider nochmal. Den in der Mitte kann man ja lassen. Das ist ja kein Problem. Echt schade. Ärgerlich.